Inspiration Musik, Folge 45, ja, ja, und heute wieder mal mit Peter Hanschmann, Rockhistorie, yeah. Mal direkt anwählen, hallo, Peter, hallo. Ja, zurück im unendlichen Universum der Musik mit Peter. Hi, Peter. Hallo, Thomas. Ja, wir haben zuletzt diesen Song angespielt. Genau. Yeah. Also diese Band habe ich im Rockpalast gesehen, aber nur im Fernsehen. Das war irgendwie, ich glaube, es war Anfang der 80er. Hammerband, ja. Peter zuckt seine unendlichen Eintrittskarten. Ich habe sie live gesehen. Du hast sie live gesehen, ne? Ein einziges Mal nur irgendwie. Aber das muss aber auch in den 80ern dann gewesen sein, ne? Nee, nee. Ich glaube, die habe ich irgendwie, also entweder ganz spät in den 80ern oder Anfang der 90er habe ich sie gesehen. Ja, auch mal wieder in Düsseldorf irgendwie. Okay, aber wann haben die sich denn aufgelöst? Also aufgelöst haben die sich 96. 96 erst, okay. Obwohl offiziell, soweit ich weiß, haben die sich nie aufgelöst. Es gibt keine Auflösung. Sie haben sich nur zerstritten offiziell, ne? Sie haben sich komplett zerstritten irgendwie und der, ähm, gibt da so eine Brüderrivalität bei den beiden, Ray und Dave Davis. Und Dave Davis hat irgendwann mal gesagt, sein Bruder Ray, also der Ältere, der wäre so ein bisschen wie Hannibal Lecter. Die Zusammenarbeit wäre auch so ähnlich wie Hannibal Lecter. Das ist ein Originalzitat von dem Dave Davis. Und niemand glaubt so wirklich, dass die nochmal zusammenfinden. Aber die haben sich wohl irgendwie letztes, vorletztes Jahr irgendwie ein Konzert vom Ray Davis. Da hat er seinen kleinen Bruder auf die Bühne geholt und dann haben sie He Really Got Me gespielt. Und es gibt seitdem Gerüchte, dass die auf jeden Fall wieder zusammenarbeiten wollen. Ja. Und es scheint auch irgendwie tourmäßig da Vorplanung zu geben. Ob wir das noch alle erleben, weiß ich nicht. Aber ich habe es ja, wie gesagt, mal live gesehen und Hammer. Also es gibt wenig Performer irgendwie wie ein Ray Davis, der so präsent einfach da ist und einfach tolle Songs hat. Aber die waren schon, also Ray Davis war immer im Publikum gegenüber so ein bisschen distanzierter, weil so diesen Star-Ruhm um seine Person oder um die Kings, das war glaube ich nicht so sein Ding. Also der war immer so ein bisschen distanziert, aber ein toller Typ. Tolle Gruppe. Wie gesagt, ich habe es nur im Rockplatz gesehen, im Fernsehen. Das hat mich auch schon sehr begeistert als Jugendlicher. Ich glaube, das war so Mitte der 80er. Ja, und die sind ja auch eine Blaupause für vieles. Für Hardrock, meinetwegen auch für Punk oder weiß der Himmel was. Das sind auch wegweisende Gruppe gewesen. So ähnlich wie Beatles, Stones. Ich zähle die Kings und die Who definitiv dazu. Ja. Die Kings, wann haben die sich gegründet ungefähr? Weißt du das so? Also ich weiß, dass die You Really Got Me irgendwie einer mit auf der ersten Scheibe oder auf der zweiten Saison irgendwie von 64. Also ich denke mal so 63, 64 haben die sich gegründet. Also im Prinzip so ähnlich, parallel zu den Rolling Stones irgendwie müssen die sich gegründet haben. Beatles war ein bisschen vorher, aber die kamen so in der Zeit. Ja, Wahnsinn. Von wem waren die Kings beeinflusst? Ich habe nicht eine wirkliche Idee bei den Kings, weil die Kings ist, glaube ich, ein Kosmos für sich irgendwie. Weil die waren schon sehr, auch anders so. Die waren auch viel so in den Texten anders. Die waren jetzt nicht so, für die war nicht immer so die große Weltpolitik so das Thema. Die waren immer so sehr auf so einem kleinen Mikrokosmos unterwegs. So Beobachtung der Nachbarn und der Verwaltungsweisen, Spießigkeit und solche Geschichten. Und musikalisch waren die, sicherlich kamen die ähnlich wie viele Gruppen aus der Zeit, so aus dem klassischen Rhythm und Blues Bereich. Und die ersten Platten waren auch sehr Rhythm und Blues orientiert. Dann haben die sich aber schon sehr eigenständig entwickelt. Sicherlich so ein bisschen, weiß ich nicht, ob mit Stones irgendwie da Berührungspunkte gab. Mit den Beatles sicherlich auch. Klar, die waren natürlich auch immer Zeitgenossen sozusagen. Genau weiß ich es nicht. Aber die sind schon sehr eigen. Ich finde die Kings sehr eigen in ihrer Art. Ja gut, die werden ja wahrscheinlich in England alle zusammengehangen haben, oder? Die werden schon zusammengehangen haben, ja. Aber bei den Kings irgendwie, also ich glaube, die waren schon sehr, ich glaube, wirklich ein eigener Kosmos. Weil ich kenne nicht so viele Geschichten, wie die da sich mit anderen Musikern irgendwie zusammengetan haben. Es gibt nur die bekannten Sachen, wie sich die beiden Brüder auf der Bühne geprügelt haben. Solche Geschichten oder das irgendwie, das ist natürlich damals in den 60er Jahren alles live, ne, vor Publikum. Wo dann irgendwie vermeintlich, ich war ja nicht dabei, irgendwie aus einer Streiterei heraus irgendwie, wo sich dann der Schlagzeuger eingemischt hat. Und der Jüngere, der Dave Davis irgendwie ein Becken genommen hat und dem irgendwie fast die Kilo durchgeschnitten hat. Und der muss im Krankenhaus operiert werden, der Schlagzeuger. Also da gibt es übelste Geschichten irgendwie. Aber trotzdem, ich glaube, diese Energie, die die hatten, die haben sie dann halt auch in der Musik umgesetzt. Das gehört schon auch dazu. Das war jetzt nicht reines Bühnengebären, die hatten schon auch eine ziemliche Power. Ich glaube, das gehört dazu. Tja, krass. Gut, dann hören wir jetzt mal in den nächsten Song rein. Mal gucken, wie da hier... Ja, von Anfang an... Ja, gerne nochmal von Anfang an. War ja fast. War ja fast, okay. Ah, dann nochmal. Richtig bei Anfang an. Da, haben wir das. Da höre ich doch einen Wawa in der Gitarre. Ja, definitiv. Reflex in the sky. Warn you, you're gonna die. Storm coming, you better hide. From the atomic tide. Flashes in the sky. Turns houses into stars. Turns people into clay. Radiation might be hate. Ja, Peter hat gerade nochmal die Eintrittskarte von The Kings rausgesucht. Die fotografiere ich gleich nochmal. Sozusagen der Beweis. Genau. 7,80 war es. Der absolute Beweis. Es ist 7,80. Also doch schon echt früh, ne? Ja. Aber die Stimme jetzt hier, ich wollte schon sagen, die kenne ich aus MTV, aus so einer Soap. Ja, das ist so eine Stimme wie aus dem Sarg, ne? Wann war das jetzt? Wir verraten noch nichts, ne? Aber wann war das jetzt so ungefähr einzuordnen? Das war ein bisschen später jetzt, ne? Als Kings. Das ist deutlich später als Kings. Das ist so, aber das ist 1970, ich glaube genau. Okay. Ja, dann gar nicht so viel später, ne? Ja, doch. Da liegen auch schon ein paar Jährchen dazwischen und ganz viel rockgeschichtliche Entwicklungen, was dazwischen lag. Irgendwie die ganze Psychedelik-Geschichte lag alles dazwischen. Das ist schon eine andere Richtung. Ist so ein Beginn, also ich sag mal so, das ist noch sehr Hard-Rock-orientiert, aber sind schon Ansätze von dem ersten Heavy-Metal erkennbar. Zumindest wird die Gruppe ja so in Heavy-Metal-Kreisen so gehandelt. Ja, würde ich auch so sehen, ne? Obwohl, ich finde das doof irgendwie, weil die werden ja als, werden wir immer noch nicht verraten, was das ist, die werden ja so als Doom-Metaler bezeichnet, was totaler Quatsch ist, weil Doom-Metal ist ja viel. Oder warum? Weil ich finde halt irgendwie, weil Doom-Metal ist ja eine Sache, die ist ja viel, viel später, 90er Jahre, oder weiß ich nicht mehr, ist entstanden. Man kann nicht eine Gruppe, die zu ihrer Zeit definitiv, wo der Begriff Doom-Metal noch gar nicht da war, im Nachhinein als Doom-Metal bezeichnen, finde ich nicht annähernd angepasst der Situation. Die haben sich damals als Hard-Rocker gesehen. Und ich glaube noch nicht mal der Begriff Heavy-Metal, der war in der Phase irgendwie für diese Gruppe stilprägend. War nicht so. Das ist es immer noch. Wenn man jetzt das hört, wir hören nochmal rein. Na gut, das ist jetzt kein Heavy-Metal, ne? Also für mich jetzt... Ich finde, das ist, ne, aber wie gesagt, das wird ja heutzutage viel so ein Dings, das ist klassischer Hard-Rock. So einfach ist das. Aber dass die nachher als Band für andere Vorbild waren, woraus dann wahrscheinlich auch Heavy-Metal entstanden ist, klar, keine Frage. Aber es ist, wie gesagt, für mich kein Heavy-Metal, nein. Ja, und wer ist es? Das ist Black-Sauce. Ja, genau, ne? Mit dem komischen Osi Osborn. Genau, mit dem komischen Sänger, mit der... Völlig abgefahrenen Fledermaus-Verschmeißer Osborn, ja, genau. Ist einer der schrägsten Typen im ganzen Rock-Business, finde ich. Die Geschichten, die sich um ihn ranken, die sind auch alle ziemlich schräg und der hat schon einiges getoppt, ja. Das heißt, warum schräg? Also, weil er so exzentrisch ist? Also, ich denke, zum einen ist er ein bisschen exzentrisch, aber zum anderen, ich glaube, vieles war ihm geschuldet irgendwie schwerer Drogenabuses in welcher Art auch immer. Ich glaube, der hat irgendwie drogenmäßig auch relativ viel zu sich genommen und ich glaube, der hat schon nachher einen schon auch ganz schön an der Waffel gehabt, muss man aber auch so sehen. Wie das heutzutage, ich glaube, der hat sich immer berappelt, ja, aber das ist schon einer, der hat schon einiges abgekriegt. Ja, gut, es gab ja diese Sendung auf MTV, wo er da zu Hause ein bisschen... Die Osborns, ja. Die Osborns, die Daily Soap oder sowas in der Art. Und da war er schon ziemlich daneben, würde ich mal sagen. Ja, aber es hat ja was für die Familie gebracht, ne? Hat mir zumindest Energie gestoppt gehabt. Denke ich mal, ja. Vielleicht ein bisschen Geld, um jetzt seine neue Karriere wieder durchzustarten. Also zumindest... Oh, ganz weg war der nie. Der hat ja irgendwie auch nach Black Sabbath eine ordentliche Solo-Karriere hingelegt. Ein paar Hits gehabt, ne? Ja, ein paar Hits gehabt und seine Frau irgendwie, die ist ja, glaube ich, so eine Finanz-Tante vom Herrn. Die hat ihn ja wahrscheinlich auch das Leben gerettet an vielen Punkten, aber die hat ihn auch ordentlich vor sich her getrieben, ne? Also der ist schon auch ein Solostar auf jeden Fall gewesen, klar. Obwohl er jetzt nicht der beste Sänger ist, ne? Ja. Können wir jetzt nicht sagen. Sind wir auch nicht, ne? Aber wir können ja mal einen Ossi Osborn-Song singen. Kennst du I'm Just a Dreamer? Ne, lass mal was sagen. Ich kann nur nicht singen. I'm Just a Dreamer. Ja, das war jetzt spannend, ne, Black Sabbath. Jetzt gucken wir nochmal. Was gibt's denn noch so? Was haben wir denn da? Haben wir noch ein bisschen Zeit? Ja, so ein klein bisschen Zeit. Ja, da kommen wir ganz anders. Keine Song. Boah, das ist aber auch cool, oder? Ist nicht ganz verkehrt, nein. Also ich finde es extrem cool. Aber ich muss wirklich jetzt gerade passen. Passen, echt? Also die Stimme ist doch irgendwie... Ja, ich kenne es, ich kann es aber nicht zuordnen gerade. Soll ich es auch lösen? Umschreib es mal. Welche Epoche? Epoche? Anfang 70er. Da ist schon sehr viel Hall drin im Gesang, ne? Und dann natürlich ordentlich knackige Gitarren. Also sehr Anfang 70er, glaube ich. Richtig früh 70er, ja. Okay. Amerika. Nee, England. England? Aber eigentlich eher, glaube ich, in der Zeit Amerika lebend, aber England. Ich bin auch ein Engländer. Verdammt. Ein bekannter Engländer. Ein bekannter Engländer. Gar nicht mal so unbekannter Engländer, ne. Dann löse es mal auf. John Lennon. Nein! John Lennon. John Lennon. Schande über mich. Schande über mich. John Lennon. Ja, zum Thema John Lennon, da kann man viel zu sagen, ne? Ja, also was ich eigentlich dazu sagen kann, ist irgendwie so in meiner Schulzeit irgendwie. Ich war ja damals irgendwie in der Realschule. Und ich war nie so zu der Zeit, heutzutage hat sich das ziemlich geändert, war ich nie so der große Beatles-Fan irgendwie. Also heutzutage habe ich deutlich mehr Beatles. Damals habe ich viel mehr Rolling Stones gehört und die Beatles waren mir nicht so ganz genehm. Aber so 80, irgendwie 80, 81, John Lennon-Erschießung hat das schon so eine Woge ausgelöst. Das ging dann irgendwie durch die Presse und das war ja einer der ganz großen Rockstars, muss man einfach so sagen. Ja, der einfach durch irgendwie so einen Wahnsinnigen da umgebracht worden ist. Und das hat schon irgendwie Trauer ausgelöst, muss man einfach sagen. Obwohl, wie gesagt, ich war ja nicht der große Beatles-Fan, aber es war schon irgendwie so eine, ja, interessante Persönlichkeit. Also irgendwie war schon bewegend, ja. Und andere musikalische Schnittstellen zu John Lennon? Also, du kennst einiges von dem, oder? Also, wie gesagt, mittlerweile ist das ja ein bisschen anders. Jetzt habe ich mich ja viel mehr mit dem Backkatalog der Beatles auseinandergesetzt und auch mit dem von John Lennon und auch von seinen Kollegen irgendwie. Ich finde, der hat schon einfach geile Musik gemacht. Seine Texte waren manchmal ein bisschen zu tiefgreifend und zu verändert. Also, Imagine war ein bisschen, finde ich, ein bisschen sehr aufgeblasen so. Aber der hat einfach auch geile Rockmusik gemacht. Es gibt eine Platte von ihm, da covert der nur irgendwie und da gibt es so eine Rock'n'Roll-Platte. Leider gibt es ja einen interessanten Einschnitt dazu. Es gibt ja diesen Phil Spector-Sound, das ist ja so dieser Badewannensound, 60er Jahre, alles mit Hall. Finde ich fürchterlich. Die Platte ist auch in diesem Sound aufgenommen. Würde man den ganzen Hall und den ganzen Zooms da wegnehmen, wäre es richtig geiler Rock'n'Roll, den der gemacht hat. Also, der hat wirklich schon auch tolle Sachen gemacht. Okay. Ja, John Lennon, vielen Dank. Von welcher Platte war das jetzt gerade? Das war jetzt, glaube ich, von, das müsste von der Imagine gewesen sein. Aber da kann ich jetzt keine Garantie für übernehmen. Ich kann mal gucken, ob es hier irgendwie detaillierte Infos zu gibt. Wie hieß der Song? Found Out. Der Song stammt von der Platte Plastik Ono Band. Okay. Die hießen mal auch Plastik Ono Nuklear Band, hießen die mal. Kleiner Aspekt. Müsste irgendwie, ich habe jetzt hier die Dings nicht stehen, von wann der ist, aber es ist irgendwie 70, muss das gewesen sein. 70, 71, soweit. Also kurz nach der Beatles-Trennung. Okay. Ja, spannend. Dann hören wir noch einen Song und dann machen wir nämlich Feierabend. Aber wir lösen den Song nicht auf. Schlagzeugstunde oder? Was? Schlagzeug? Ey, schon ein Song, oder? Why do I go through these deep emotional traumas? Why can't I be like I always wanted to be carefree? Why can't I be happy like everybody else? There's no peace for the wicked, they sing. No peace for the wicked, loud and clear. No peace for the wicked, angels tell me. Can't be so wicked. Klingt ein bisschen nach Kings, ne? Sind sie aber nicht. Sind sie nicht, ne? Hast du eine Frauenstimme noch mit drin, ne? Ja. Wer kann's sein? Meine ich die Themaauflösung das nächste Mal? Genau. Ach ja, stimmt, wir machen die Themaauflösung das nächste Mal. Dann vielen Dank, ne? Bis demnächst. Tschüss, Peter. Tschaui. Just tell me, you're gonna be so wicked. 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 Vielen Dank.